Bei dieser Aufnahme möchte ich gemeinsam mit Ihnen ein paar grundlegende Bildanpassungen durchführen, wie Belichtung, dann möchte ich hier aus diesen überstrahlt scheinen Bereichen wieder Zeichnung rausholen, ein wenig den Kontrast anpassen, die Dynamik-Sättigung, dann natürlich hier diesen leichten Farblook hinzufügen und zu guter Letzt das Bild noch ein wenig schärfen. Ich wähle also mein Original aus, drücke die Taste D, um hinüber ins Entwickeln-Modul zu gelangen. Hier möchte ich jetzt den Bildschnitt ein wenig anpassen. Ich wähle also hier unser Freistellungswerkzeug aus mit der Taste R, drehe meine Aufnahme jetzt hier so ein bisschen, dass das ein bisschen so in diese Richtung, dass die Braut ein bisschen gerader dasteht und dann möchte ich den Strauß hier unten so ein wenig ins Eck setzen, vielleicht ein bisschen fehlgedreht, ich gehe jetzt hier nochmal ein bisschen zurück und dann eben hier unten noch mehr von unserem Strauß bzw. den Schatten vom Strauß im Bild zu haben. Das Ganze bestätige ich jetzt mit der Enter-Taste und wechsle hinüber in die Grundeinstellungen. In den Grundeinstellungen möchte ich jetzt hier die Farbtemperatur ein bisschen anheben, aber nicht allzu sehr, gerade so in diesem Bereich, um einen leicht wärmeren Touch zu verpassen. Dann die Belichtung ist jetzt hier ein bisschen hell, deswegen gehen wir da ein wenig runter, um eben hier auch diesen Strauß hier unten so ein bisschen in den Fokus zu setzen. Können wir ruhig noch ein bisschen weiter runter gehen, so in diese Richtung etwa. Den Kontrast möchte ich hier jetzt gleich leicht anheben, so in etwa diese Richtung. Das wäre zu stark, also in dem Bereich ja 15 bis 20. Dann möchten wir hier die Zeichnung in unseren Blumen zurückgewinnen und da gehe ich jetzt mal hier mit den Lichtern ein bisschen runter, aber auch hier mit meinem Weißregler. Da können wir ruhig ein bisschen stärker gehen, da sehen wir dann, wie dann die Blumen so langsam wieder zum Vorschein kommen. Ich drücke hier mal die Taste J für unsere tiefen Lichterwarnung und wir haben jetzt hier ja nichts rot angezeigt, wie es jetzt so der Fall wäre. Da werden also unsere Lichter ausgefressen und hier in diesem Bereich haben wir dann also keine Lichterwarnung mehr. Da können wir hier mit den Lichtern vielleicht auch noch mal ein bisschen hoch, so in diesem Bereich. Und dann möchte ich hier über meinen Schwarzregler noch ein wenig Zeichnung in den Tiefen gewinnen, da aber nicht allzu hoch, um auch nicht allzu viel Kontrast zu verlieren. Ein klein wenig Klarheit, hier allerdings nicht allzu viel, so ein Wert von 10 bis 15 reicht mir hier vollkommen aus. Dann schwach gesättigte Farben ein bisschen verstärken über den Dynamikregler in einem Bereich von 20 bis 30, eher in die 30er Richtung und die Sättigung des Bildes möchte ich jetzt insgesamt ein bisschen reduzieren und deswegen hier den Sättigenregler in die negative Richtung. Auch hier so ein Wert, so um die minus 19, 20, schon fast zu viel, 14, 15, sowas in dem Dreh. Mit der Taste J deaktiviere ich jetzt meine tiefen Lichterwarnung wieder, wechsle hierüber in die Teiltonung und möchte da jetzt so einen leicht warmen Ton hinzufügen. Das soll sich also so ungefähr hier in diesem Bereich abspielen. Ich gehe eher so ein bisschen ins bräunlich-goldene, das ist also zwischen gelb und rot liegen so die braun- und goldtöne. Da so in diesem Bereich ungefähr und natürlich nicht zu stark gesättigt. Da gehe ich jetzt hier mit dem Regler noch ein bisschen nach unten. Mit Links-Rechts-Bewegungen ändern wir hier den Farbton und bewege ich meinen Mauszeiger von oben nach unten. Dann beeinflusse ich hier die Sättigung. Also mit dieser Sättigung von um die 20 und im Bereich um die 50 habe ich jetzt hier so einen leichten Goldton. Das soll es in den Lichtern gewesen sein. In den Schatten füge ich jetzt auch nochmal eine Tonung hinzu und da bewege ich mich in ähnlichen Farbbereichen, möchte da aber mehr so in das Rötliche gehen. ein klein wenig in diese Richtung. Ich schaue jetzt hier nochmal das Bild an und ja, nicht zu stark gesättigt. So etwa sollte das eigentlich hinkommen. Im nächsten Schritt möchte ich das Bild jetzt ein wenig schärfen, deswegen gehen wir hier nicht in die Effekte, sondern in die Details und dort angekommen gehe ich erstmal ins Bild und vergrößere mir das hier, dass ich dann die Schärfe auch besser beurteilen kann und wähle jetzt hier einen kleineren Radius aus von 0,6 bis 0,7 und den Betrag erhöhe ich jetzt und ja, habe jetzt hier ja, ist schon ein klein wenig verwackelt, aber hier können wir es jetzt am besten beurteilen, den Betrag und setze den mal jetzt hier so auf einen Wert von 70 bis 80. Ich zoome jetzt wieder raus und betätige jetzt hier den Maskierenregler mit gedrückter Alt-Taste, denn wenn ich die Alt-Taste gedrückt habe, kriegen wir hier eine Maske angezeigt und diese Maske zeigt mir jetzt an, wo überall im Bild geschärft wird. Also Maskierenwert 0 würde eben das Bild überall geschärft werden. Bei 100 würde es nur in diesen Bereichen, die jetzt hier noch zu erkennen sind, geschärft werden und da gehe ich jetzt hier mal in den Bereich so um die 60, 70, weil ich möchte hauptsächlich jetzt hier im vorderen Bereich das Bild schärfen und nicht, wie es jetzt hier der Fall wäre, auch die Wand und und und, sondern ich konzentriere mich ja hauptsächlich hier vorne auf den Blumenstrauß und deswegen möchte ich jetzt hier einen Wert so um die 70 bis 80 verwenden. Und somit haben wir jetzt bei diesem Bild hier über die Grundeinstellung grundsätzlich die Belichtung, Kontrast, Tiefenlichter angepasst. Über die Teiltonung haben wir hier ein bisschen mehr Wärme ins Bild gebracht und zu guter Letzt haben wir über das Details-Panel dem Bild ein bisschen mehr Schärfe gegeben.